Die DLCs auch noch dazukaufen Die DLCs auch noch dazukaufen Let's Play Würde ich sicher irgendwann dazu mal machen Mal gucken Also ich wüsste nichts was dagegen sprechen würde Aber momentan sind auch ein paar mehr andere Projekte geplant Jedenfalls bedanke ich mich bei dir lieber Österreicher Dass du mir das geschenkt hast Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Ein ziemlich kurzes Unboxing gebe ich zu Aber es ist dann doch noch gekommen Ein paar Tage später Kam mir noch ein bisschen sowas zwischen Unter anderem der Urlaub bei meiner Freundin Aber jetzt ist es soweit Und ich bedanke mich bei euch Und wünsche euch noch einen schönen Tag Und in dem Sinne Tschö 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 Tschö